Tora Berger, Andrea Henkel in 2. Platz und Kaiser Macarena in 3. Platz. Herzlich Willkommen, die ersten drei Platzierten, Tora Berger, Andrea Henkel und Kaiser Macarena. Tora, ein anderer Wunsch heute. Warst du ein bisschen relaxen, wenn Andrea die erste Schuss verletzt? Tora, konntest du dich ein wenig zurücknehmen, als Andrea, wann der erste Fehlschuss passiert ist? Nein, ich habe noch einmal ein Schießen. Ich habe mein Bestes in der Welt und auch in der Schießen. Nein, das konnte ich nicht. Ich hatte ja noch ein weiteres Schießen und auch das musste gut funktionieren. Hast du jemals diese Kombination von Sprint und Verfolgung erster Platz gewonnen? Wenn dies nicht der Fall ist, ist das etwas Besonderes für dich? Ich habe das noch nie gemacht. Ich habe nur einen Sprint gewonnen, der im Pürsit-Alter war. Und das war in Antoz, ein paar Jahre vor, glaube ich. Und dann war ich wirklich schlecht auf dem ersten Schießen im Pürsit-Alter. Nein, sowas ist mir bisher noch nicht gelungen. Ich habe mal einen Sprint gewonnen und etwas später dann die Verfolgung. Aber bei dieser Kombination dann hatte ich dort auch ein sehr schlechtes Schießen. So Andrea, das ist jetzt das vierte Mal in acht Tagen, dass du Zweite geworden bist. Du musst sehr glücklich sein. Ja natürlich, es ist immer schön auf dem Podium zu stehen und wenn es dann so eine ganze Reihe von zweiten Plätzen ist, macht mich das auch glücklich, auch wenn viele sagen, das nächste Mal wird es der erste. Ich bin ziemlich zufrieden mit meinen zweiten Plätzen. Es ist immer sehr schön, wenn du auf dem Podium bist, und besonders in dieser Reihe. Natürlich gibt es einige Leute, die sagen, ja, die nächste Mal wird es der erste. Aber ich bin sehr glücklich mit dieser Reihe von zweiten Plätzen. Du warst mit Tora in den ersten zwei Runden heute, waren sie ziemlich einfach? Hat das deine Meinung aus der Unterhöhre, die du vorhin überrascht hast? Waren die ersten zwei Runden mit Tora einfach und hat dir das auch etwas vereinfacht, bei den Abfahrten gut runter zu kommen? Es waren sogar die ersten drei Runden mit Tora. Und ich denke mal, wir haben gut zusammengearbeitet. Ich den ersten Teil der Runde, sie den zweiten. In der Abfahrt ist es für mich nie einfach. Natürlich hat mir die Magdalena im Sprint eine gute Linie gezeigt, in der hintersten Abfahrt. Aber es war auch schwierig für mich, weil ich nichts gesehen habe und ich sehe gern, was vor mir passiert. Und ja. Also, ich hatte drei Runden, drei Runden zusammengearbeitet mit Tora. Und wir haben sehr gut zusammengearbeitet. Ich habe das erste Teil gemacht, Tora hat das zweite Teil gemacht. Aber die Unterhöhren sind nicht einfach für mich. Und ich bin immer glücklich, wenn ich etwas sehen kann. Aber es war schwer zu sehen. Und so haben wir noch mehr Probleme. Und so haben wir noch viele Möglichkeiten. Kaiser, du hast auf den ersten zwei Runden sehr forciert begonnen. Aber dann musstest du auch zwei Strafrunden laufen. War dies gut? Ja. Ja, ich versuchte den ersten Runden. Ja. Ich versuchte den ersten Runden schnell 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 schnell. Und ich denke, dass ich nur ein bisschen zu schnell starte habe. Ich versuchte den ersten Runden. Und das zweite Mal, wenn ich zum Prone komme, versuchte mich ein bisschen schneller. Ich bin nicht nur ein schnelles Rundenger. Aber es ist wichtig, dass es gut ist. Aber nach dem ersten Runden. Und dann habe ich gedacht, dass es noch drei Strafrunden gibt. Und du kannst nicht zu entschuldigt werden. Ja, ich habe schon am Anfang sehr schnell mit dem Skilaufen begonnen. Das war sicherlich zu schnell. Und dann ist mir der Fehler passiert. Aber ich bin dann auch zum Liebenschießen gekommen. Dort bin ich etwas langsamer angegangen. Momentan bin ich nicht die schnellste Schützin. Aber zu diesem Zeitpunkt habe ich mir auch gesagt, es kommen noch drei weitere Schießen. Und da gibt es noch alle Möglichkeiten. Und da gibt es noch viele Möglichkeiten. Ja. Im letzten Monat hast du mal gesagt, es ist ein Riesenspaß mit dem gelben Trikot zu laufen. Aber es macht immer noch Spaß, jetzt wo auch immer die Erwartungshaltung mitkommt. Ja, es ist immer noch toll und irgendwie bliebt es mir gar nicht, es immer zu realisieren, dass ich eigentlich im gelben Trikot laufe. Und ich denke auch, dass es mir das in Wirklichkeit erleichtert. Ja. 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 Da. Ja.